Hallo, ich bin Christina und ich zeige euch heute, wie man Ausstechkekse macht, die man dann ganz cool bunt verzieren kann, weil ich das als Kind schon besonders gern mochte. Und was ihr zum einen für den Teig braucht, ist Butter oder Margarine, das könnt ihr euch aussuchen, Mehl, Zucker, Backpulver und Vanillezucker. Und für die Glasur am Ende, die man dann bunt verzieren kann, braucht ihr Puderzucker und Zitrone und dann einfach Schokoflocken oder bunte Perlen und Stifte. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmittag. So, und jetzt bist du dran mit dem Nachbacken. Poste deine Bilder einfach mit dem Hashtag JoyceWeihnachten auf Twitter, Instagram oder Facebook.